Stell dir mal vor, Unterricht findet jederzeit verlässlich statt, ob von zu Hause oder in der Schule. Mit schnellstem Internet, weltbesten Lehrern, digitalen Lernplattformen. Weil Bildung unser Zukunftsthema Nummer eins ist. Stell dir mal vor, du könntest mit 5 Flix jederzeit deinen Personalausweis verlängern oder ein Unternehmen gründen. Schnell, transparent, effizient. Weil digitale Verwaltung überall stattfindet. Stell dir mal vor, du entscheidest am Morgen, wie du heute am besten zur Arbeit kommst. Denn ein Blick auf dein Handy sagt dir, was jetzt der schnellste Weg ist, weil smarte Mobilität kein Fremdwort ist. Stell dir mal vor, dir wird nicht täglich gesagt, Autofahren ist schlecht. Nachhaltigkeit muss nicht Verzicht bedeuten, weil durch Innovation beides geht. Klimaschutz und ein gutes Leben. Stell dir mal vor, wir könnten heute ein neues Wirtschaftswunder beginnen mit neuen Arbeitsplätzen und neuen Technologien, weil mit attraktiven Steuern und bester Infrastruktur Top-Unternehmen zu uns nach Ludwigsburg und Baden-Württemberg kommen. Und stell dir mal vor, es gibt Politiker, die sagen, was sie denken. Und du verstehst, was sie sagen, weil du sie gewählt hast. Warum immer nur vorstellen? Lass uns gemeinsam was verändern. Vielen Dank. Vielen Dank.